Eine ganze Weile ist es schon her, da hat Markiplier seine ganz persönliche Smash-or-Pass-Liste mit allen 386 Milliarden Pokémon gemacht. Und dann ist etwas passiert. Jacksepticeye veröffentlichte kurz darauf ein Video... Pass! That would hurt. ...bei dem ich mir sehr viele Fragen über meine eigene geistige Gesundheit stellen musste. Und ich sag's euch, dieser Kanal ist nicht, ohne dass ich langsam eindeutig Farbe bekenne. Ficke die alle, alle... Hier ist Zef's... Hier ist Zef's Smash-or-Pass-Liste mit allen FNAF-Charakteren. Es gibt Dinge und die müssen getan werden. Ja, wenn du Freddy nicht ranlässt, dann können wir es gleich lassen, oder? Smash. Kein Bock auf Death by Snoo-Snoo, oder? Pass. Oh, Pass! Auf jeden Fall FNAF 1 Chica, oder? Die sieht aus wie ein Reaktorunfall. Ich bin am überlegen, ob der Haken Spaß macht, oder? Pass. Oh, Pass! Also den Cupcake kannst du zumindest in die Tasche stecken, und dann hast du immer einen kleinen... ...lustigen... ...Taschenspaß. Pass. Oh, Pass! Das ist doch nur dran! Oh, da ist was dran! Smash. Pass! 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 Das fühlt sich illegal an! Pass! Oh, God! Pass! Das ist illegal! Pass! 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 Was zum... Was... Was... Pfff... 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 I mean... ...wenn ich's mir recht überle... Pass! Pfff... Pfff... Oh, Pass! Au! Pfff... Pfff... Pass! Pass! Pass. Pass. Smash. Es tut mir leid, Bonnie. Ich nimm es nicht persönlich, aber irgendwie sieht es immer aus, als würde es wehtun. Ich möchte es nicht erklären. Pass. Oh, Pass. Smash. Pass. 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 Da habe ich zwei auf einmal. Smash. Smash? Warum kriege ich jetzt die Pappteller noch mal einzeln? Hatte ich die schon gesmashed? Dann brauchen wir nicht mehr. Nee. Viele Löcher zum Preis von einem, aber pass. Pass. Pass, oh Gott. Pass. Pass. Schnell. Oh Gott. Pass. Smash. 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 Pass. Verdammt, hört auf mich das zu fragen. Pass. Oh. Smash. Man darf sich bestimmte Chancen nicht entgehen lassen im Leben. Nur in Verbindung mit Freddy. Pass. Was zur Hölle? Pass. Pass. Wer ist ja verhaftet für. Ich hab's in meinem Leben. I mean. Smash. Pass. Pass. Eindeutiges Pass. Smash. Pass. 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 Damn, he's thick. Pass. Wirkt das jetzt unglaubwürdig, weil ich bei den anderen Freddys auf Smash gedrückt habe? Smash. Smash. Boah, alter Pass. 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 Nee, der quietscht mir so laut. Pass. 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 Hilfe, ich kann das nicht... Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Pass. Oh, Pass. Oh, Gott. Oh. Smash. Smash. Pass. 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 Smash. Pass. 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 Ein eindeutiges Smash. Smash. Ich bin verwirrt, Pass. 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 Wie... Wie... Pass. Smash. Aber warum? Smash. Pass. Ich... Ihr erkennt schon langsam, ich bin kein Chica-Konnoisseur. Pass. Pass. Smash. Smash. Weil ich mir die Zähne angucke. Pass. Pass. Und mal wieder richtig was zu spüren. Pass. 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 Smash. Hört auf mich zu verurteilen. Smash. Pass. 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 Als wär's gestern gewesen. Smash. How unfortunate. Pass. 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 Oh Gott, ich habe noch nie so schnell auf Pass gedrückt. Pass! Oh Gott! Der Wolf? Roxy? Pass! 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 What are you doing Gregory? Smash! Smash! Pass! 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 Okay ihr Lieben, das war meine Edition Premium Content für heute. Ich hoffe es hat euch ein wenig die Augen geöffnet und wir sind uns gefühlsmäßig ein Stück näher gekommen. Lasst bitte dem Video einen Daumen nach oben da und dann schreibt mir bitte in die Kommentare wo ihr zustimmt. Ist das wirklich eine gute Idee? Nein, schreibt nicht in die Kommentare!